Willkommen zurück zu Final Fantasy 15, ich bin neue Firubo und wir fahren jetzt zur Schokobo-Farm, denn wir wollen uns da den schwarzen Schokobo angucken. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar einen schwarzen Schokobo, das wäre auch toll. Ja, für die Folge will ich erstmal, will ich die Nebenaufgaben da fertig kriegen. Die verflossene Liebe, da müssen wir mal schauen, müssen das noch stärker werden scheinbar, müssen wir vor allem jetzt mal ein bisschen Magie zimmeln wieder, bis wir die Eule da fertig machen können scheinbar. So, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nur maximal 9.900 Schaden mit einer Sache machen können, deswegen lohnt es sich eben, also deswegen dürfen wir dann auch nicht, äh, möchten wir eigentlich auch nicht unsere Sachen stärker machen, weil mehr als 9.900 Schaden brauchen wir ja nicht. So, das war die Aufgabe. Da ist der Kleine. Hm. Oh, wie nicht. Fischschwarz. Na, mein Kleiner? Das sieht man nicht alle Tage. Dass die mal so groß werden, unglaublich. Geht's dir gut, Kleiner? Der Kleine verdankt euch Jungs sein Leben. Ihr seid jetzt seine Patenonkel. Wow, was für eine Ehre. Noch? Beruhigend, das Küken in Whish's Händen zu wissen. Ja, hier hat der Kleine ein sicheres Zuhause. Und Futter auch. Ja. Und viele Freunde. Ein gutes Gefühl. Können wir es mit dem Rumpf spielen. Sehr schön. Ja, und ein Foto machen, Jungs. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme. Ja, ein Foto. Sehr schön. Großartig. So, dann kommen wir zu meinem Schokobus. Zack. Dankeschön. Dürfen leider nicht mehr mieten. Das frage ich dich. Hast du Infos? Ja, in dem Fall kennen wir aber schon leider. Schade eigentlich, ne? So, die Jagd. Den wollen wir annehmen. Gehen wir heute noch ein bisschen jagen. Klar. Ende der Tyrannei. Seid vorsichtig. Den wollen wir schon die ganze Zeit machen. Der hat uns ja die ganze Zeit da hier aufgehört. Vorgeschlagen. Aufgaben, machen wir so. Ist auch wieder in dem Wald drin, ne? Würde ich sagen. Nebelwald, jawohl. Dann noch auf in den Nebelwald. Hier, kannst du das machen. Wetter, ne? Hey, hey, langsam. Loll. Bekacken. Die Schokobus freuen sich, dich zu sehen. Haben wir hier alles? Haben wir alles? Alle Statuswert auch. Kostet dafür aber ein bisschen mehr. Na komm, wir brauchen jetzt trotzdem mal fünfmal. Zack, haben wir Geld. Bis zum nächsten Mal. Was war mit den Beinen? Die Schokobus. Die Schokobus. Nein, ich wollte... So, Farbe. Neue Farbe. Medaillen. Wir haben eine neue Medaille. Zack. Aussehen. Aussehen. Also, wollen wir noch. Vielen Dank für deinen Besuch. Dann machen wir ihn halt so. Gut. So, vor dem Schokobus wäre ich ganz... Nicht mal schlecht jetzt hier gerade noch, ne? Bisschen Weg sparen. Hallo. Äh. Schokobus, willst du hin? Komm her, mein Freund. Also dann. Komm her. So. So. Der Schokobus ist irgendwie ein guter Gestank. Wenn du das ernst meinst, kannst du dich ja als Stalljunge bewerben. Als Stalljunge? Oh, okay. Er will hier nicht. Natürlich will er hier nicht weitergehen. So. Aber wir haben jetzt unsere P-Klamotte an und... ...alle unsere Sachen so. Wir können ein bisschen sammeln, ja. Heb auf. Okay, einfach nicht schnurren. Ich weiß auch, wo wir zu voll damit waren. Ach ja, der Nebelwald. Danke mal, ja, du Nebelwald, du. Ich habe mich gespannt, ob wir noch auf andere Gegner treffen. Oder nicht. Schnurrhaare hier. Es sind viele Schnurrhaare, aber die Fische sind gar nicht hier. Ah. So, hier wollen wir rein. Ja, können wir noch die Stelle, wo wir uns hier das Nebelauge beobachtet hat. Ich weiß, es ist ein bisschen neblich, dass wir da so auf... ...ne mysteriöse... ...FG-Heimagent gemacht haben, aber... ...im Endeffekt ist Null gebracht hat. Noch mehr Schnurrhaare, ja. Nice. Ich bin so ein bisschen neblich, dass wir den ganzen Weg gelaufen müssen... ...nicht mit uns Schoko reisen dürfen. Weil auch hier alles sicher gemacht haben. Äh, passieren. Jawohl. Durch da. Schöne Gegner. Nein, hier sind halt jetzt hinter dem Felsen. Außerhalb von dem Gebiet hier. So, so, so. So. Der haben wir noch schon mal. Da haben wir ihn brummeln. Können wir ihn sehen vielleicht? Ja. Schade. Ich hätte ihn gerne gesehen. Ja, passieren nocht. Der ist ja diesmal nicht so dick. Aber es ist immer noch mit dem Haar hinten Pass von der Figur. Aber die eigentlich schon anders sind. Und sie hier den Ring. Strange. Na gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, komm, hier können wir noch ein bisschen Feuer. Feuer, Feuer. Oder auch nicht. Im Ernst jetzt. Oh, warte. Äh, Aufgabe. Ne, Ausrüstung. Noctis. Nehmen wir mal Feuer. Wie wir es damals gelernt haben. Hat der es jetzt ernsthaft? Ist auch. Oh. Da geht's. Oh, yes. Schönen Ich brauche seinen Schweif Ich brauche seinen Schweif Warum wechselst du jetzt mal das Ziel? Ich werde schon wieder die Schütze gewechselt Aua Aua Hallo? Hallo? Oh, ich könnte Mach lieber den hier Ich will den Schwanz abdrehen Oh Mann Vorsicht Hallo? Ich könnte in Ordnung So, ich bin immer schnell auf den Schwanz drauf Ich glaube, ich werde gleich in den Zicken Das sieht nicht gut aus für uns Echt? Ähm, was mache ich da? Lüffe? Ja, ja, verstanden Ich würde halt gerne den Schweif haben Ich würde halt gerne den Schweif haben Und Alles klar Er liegt da Okay Okay Da ist er Gut dann Wer ist auch das, hallo? Es wird gespart Es wird gespart wie sonst was, hallo? Was geht denn mit euch ab hier Ansprüche zu stellen Kann man da nochmal hoch? Ne Leider nicht Na gut, egal So, wir haben die Aufgabe abgeschlossen Wir würden gerne Geht das nicht? Man schaut nicht Wir dürfen nicht zurück Okay Irgendwo keine Waffen mehr einsetzen Toll Aber wir kam doch hier raus, oder? Muss ich jetzt nicht den ganzen Weg immer zurücklatschen Ich bin schlecht im Sinne, oder? Oder, oder, oder? Sieht ganz da noch aus Wäre natürlich für uns Annehmer Wäre natürlich für uns Annehmer Wäre natürlich für uns Annehmer Wenn ich mir diese Stelle mal merken wollte Dann könnten wir nämlich einfach so Da eben mal hin Ist sogar ein Weg, weißt du? Ich muss einfach nur merken Wo dieser Weg er hinführt Da können wir auch rein So, gut Ich habe leider auch immer was Gelbes gesehen gehabt Was ist da denn? Was ist das mit dem Wasser, ne? Ja, stimmt Oder? Ja, sollten die im Wasser sein, ja Ich wollte schon sagen Holy Shit, aber das ist für ein Riesenvieh plötzlich Das sind diese komischen langen Hälse Und es sind ja mal zwei Stück im Wasser, stimmt, ja Einzelmaljahren können wir ja mit den Quests Klappe Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier gucken Ob wir noch Jagdaufträge kriegen Die letzten Das wäre ganz wichtig Die werde ich mich gerne noch erledigt haben Heute Soweit es geht Ja, dann hätten wir das nämlich auch Soweit schon abgearbeitet Da wollen wir ja vielleicht noch die Hauptstory machen Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer Ja, so Bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten Ihr seid Pussis Glaub ich So, hallo Willkommen in Köln Bitte schön Willkommen zurück Na guck mal, haben wir schon über die Hälfte von dem Level Nice Und so schwer war der Kampf jetzt auch nicht Was müssen wir dazu sagen Alles klar bei euch Infos Keine Infos Aufträge Auch nicht Ja, aber du hast ja keine Aufgabe für uns Barsch Deswegen geh ich jetzt wieder ohne was zu essen Unverschämtheit So So Dann bekommen wir halt die nächsten Möglichkeit Du hattest Auch Ein Jagdding Wenn ich einen Kränenlist Ich mich jetzt nicht täusche Achtung, wir arbeiten jetzt jetzt einfach mal komplett durch die ganzen Raststitten durch Sammeln Und dann wird gefightet Bam, bam, bam Immer auf die Fresse So, muss das immer gehen So Oder Oh, du hattest keinen Kränenlist Oh Ups Fatan So Du, da unten, du hattest einen Kränenlist, ne? Ja, der hat einen Kränenlist Ups Ja, nein, ich wollte automatisch hinfahren So, los geht's Jetzt hab ich jetzt seit sieben Minuten oder was hinfahre Parkplatz Da, ja Wette, danke Ich geb lieber die fünf Geld aus dafür Danke, danke, Schnellreise Wenigstens gibt's das dann im Spiel Ich hab überwärmst du jede Strecke wirklich zuhause mit dem Autofahren Holy shit, würde das lange dauern Letztes Jahr lang die hefte Spielzeit der Autofahrt Das wär echt zu heftig So So Du Kränenlist Na, hast du was für mich? Bitte hab was für mich Lass dir ruhig Zeit Ja, etwas Bestimmt Viel Glück, Jungs Im Schatten des Waldes Ich drück euch die Daumen Jojo, das ist kein Problem So ein Kilometer entfernt Haben die keine Aufgabe Taxi, würde ich schon sagen Na gut, dann würde ich sagen Wenn du das Taxi bist Gehen wir nochmal weiter sammeln Parkplatz Nächste Raststätte wäre die da Und die hat auch Ne, ein Kränenlist Jawohl Dann hin da Würde ich sagen Hin da, immer weiter, immer rein da Achja Achja Wir sind da Endlich Endlich, genau So, äh Ups Ich häng mir wie fest Schön ich gerade einen Käfer oben am Bein sitzen hatte Äh Willkommen Gebt ihr jetzt noch oder Ich bin zu uns Keine Infos Okay Den können wir Auch nicht Rang 9 brauchen wir für den Holy Shit Den können wir machen Der ist sogar nachts Neues Ziel, neues Glück Ja Gnadenlose Giganten Hm Okay Okay Ja, dankeschön Schönes Erfreundnis von dir Ausrüstung Noctes Hier nehmen wir uns mal die Magie wieder zur Hand Würde ich sagen Sehr schön So, wo sind die Da vorne wären die Bei dem Krater Dann lass mich mal fahren Ja Knackt Willst du wirklich noch fahren? Ja wir wollen die Viecher tüten Das bekam ich gerade noch hin Ruh du dich nur ausseignets FP, ja Wir fahren parken jetzt wieder Einfach mal nur ne Runde fahren soll man drehen tamb unsafe Ja, mein Ende ging auch ein bisschen falsch am Linkrat. So, immer näher, immer weiter und so weiter. So. Da sind welche Gegner. Ups. So, ja. Ich kann mich an der Abzeigung nie anhalten. Alles klar. Hoffentlich kriegen wir die jetzt noch. 2 Uhr nachts. Sollte aber eigentlich noch gehen. Ja, ich würde gern Chocobo rufen. Danke. Komm her, ein Chocobo. Er kann mir sogar noch eine Regalung bringen. Nein, über mir ist nichts. Was hast du dir eingebildet? Würde ich mir behaupten. So. Steigen ab. Und gucken, was es hier so für Gegner gibt. Gnadenlose Giganten. Ah, da haben wir uns auch noch nicht bekommen. Scheint so. Na, wir haben auch verdammt gelesen. Hallo? Ich hab meinen Sporten gedrückt, aber gut. Auch nicht. Ich bin allein da. So. Holy shit, das tut mir viel leben. Aua Ich will mich einfach dem Ausgewichten binden, indem ich einfach auf ihn gezählt habe Das sieht nicht besonders gut aus Sooo Da haben wir auf die Schalkenwaffe zu versuchen alle zu treffen, ne? Ok, dann haben wir uns noch zur Hälfte tot Hau dir nie fest So Zack, zack Oh, come on Wir machen die, die sind noch weniger Oh Zack Ah, komm, geht kaputt Oh, das ist weh Einer ist da und sehr schön So Wie ich ihn habe, wer jetzt geheilt habt Oder was? Aua Aua, verpackt mich Aua Ja, schön, wenn ihr mal wieder zusammen stehen könntet So wie jetzt Aber den nehme ich auch schon wieder down So, dann noch den hier Aber wir haben was zu traut von ihm, nice Kommt gleich noch mal rein Kommt gleich noch mal rein Na komm, jetzt haben wir ihn Und erledigt, sehr schön Und erledigt, sehr schön Na, ist sehr schön, haben wir den auch erledigt Die Karte Zum Regal Ach, den Zahn haben wir ja schon geholt Stimmt, ja Wir waren doch im Zahn Ich würde sagen, wir wollten auch das Ding holen, aber hatten wir schon Ups, kein Problem Kein Problem Genau So, wir machen noch den Match Wir fahren auf zur nächsten Raststätte Na, wir waren jetzt Bei der waren wir auch schon Naja, bei der waren wir Bei der waren wir Äh, das ist noch ein Ding so ein Boomster Wir müssten, könnten theoretisch noch Da waren wir ja gewesen Hier gibt's nix, hier gibt's nix Hattest du n Krähenest Du hattest n Krähenest Altenes Trallon gehen Nach Altenes Trallon Da gibt's noch was zu holen Vielleicht, wer weiß da schon Mensch König von Dungeonland Wehe und so weiter Dann haben wir noch die drei Katzen Wir haben auch noch Töten, müssen als Zergdauftrag So ist es ja nicht, ne Aber wir befinden uns jetzt echt schon so Im meister Bereich, sag ich bald Es gibt zwar noch ein Level, dass wir aufsteigen können, aber hey Da haben wir jetzt bis jetzt ein einziges Vieh für gesehen Das ist krass, dass wir echt so weiter hoch kommen können Mit dem Jagdlevel Das war ja früher, glaub ich, nicht mal zu hoch gewesen Nein, wir gehen nur Hast du überhaupt ne Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, ja, ja Dann halt nicht Mecker, mecker, mecker Genau Willkommen in Alt-Lestalum Hallo, ich würde mal meinen Riesen abgeben Na, geschafft Ja Davon kannst du wahrscheinlich nur träumen, ne Aber egal So Seht euch in Ruhe um Infos Immerher damit Ich mag Infos Gut Und hier Herrscher des Drifts Nehm ich doch gerne an Hört euch Also, Willow kriegen wir ein Handtuch Alles klar Na, hoffentlich geht alles gut Na bestimmt Hallo Darf ich mit dir durch Danke 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 So Automatisches Fahren Aufgabenziel Ach die Kerlchen da Lol Na gut dann Hint da Würde ich sagen Dann werden das die letzte Gegnerin für uns diese Folge für uns sein Wahrscheinlich Ähm Wir haben hier noch einige Aschstetten abzuklappern Wegen Monstern Los geht's Los geht's Abmarsch Los geht's Abmarsch Los geht's Abmarsch Alles klar So Liegt da immer noch was, ne Jawohl Meins ist ein Gelbkristall Und wir brauchen einen Chocobo Hallo mein Freund Also dann Oh meine Jungs sind angeschlagen vom letzten Kampf eigentlich, aber Egal Egal Oh wir könnten auch hier Elementarenergie gebrauchen Bestimmt Das hab ich ganz vergessen Wir haben ja wieder Zauber verballert wie sonst was Die müssen wir auf jeden Fall wieder auffüllen So ist es ja nicht, ne Ah Was mit Eisenergie wird das wohl nix Vielleicht mach ich nochmal extra ein Eisra Blitzra Stimmt, apropos Blitzra Ich hab da extra ein Blitzding gemacht hier Das könnten wir jetzt einsetzen Gegen die Krokodile Weil die werden bestimmt dagegen empfindlich sein Würde ich mal vermuten Wo ist das Blitz? Da hinten ist das Lol Extremst weit weg Stimmt das war ja das Ding wo alles extremst weit weg ist Ich erinnere mich Oh so kannst du von hier unten abholen War auch nicht voll Oh Na gut dann Egal das ist noch das Feierverliegen Feier können wir eben einmal genug So wir müssen hier lang Wir müssen über die Brücke rüber wahrscheinlich Nicht Ui Ich dachte schon ich kriege zwei Schaden Das wärs jetzt noch gewesen Ist hier eigentlich irgendwie was? Guck mal hinten ist auch was Hier werd ich auch nie gucken, ne By the way Guck mal ich hab sogar noch ne Angelstelle Und nen Shop Ha Nie gefunden, nie entdeckt Dachchen Dachchen Der Herr, hast du was für mich? Ne leider nicht Die Firma dankt Schade aber Hey Die gedeckt entdeckt diese Dinger hier Loll Wir lassen uns doch mal noch nen Fisch fangen Wollte ich sagen So dann gucken wir doch direkt mal hier Die Spül lassen wir drin Wir nehmen wieder unseren Äh Leviathan Wo ist er? Da Und hier Wir können sogar echt tatsächlich noch einen Besseren haben Den hier Haben wir hier noch was? Ne Nein, nein Ja, hier Den 270er hätten wir noch Ganz knapp Aber gut Dann schauen wir nochmal Was können wir hier fangen? Hoffentlich weißt was Großes an Weil das sieht doch schon ganz groß aus da, der Fisch da Na komm Sehr schön Der wehrt sich nur ein bisschen Aber hey Gott mir schon Komm her Das war Ja einfach Der letzten Zuckermann Was haben wir denn da? Nein, Meidenbach Forelle Hey Cool Haben sie was neues gefangen noch? Da hab ich jetzt kurz Vielleicht eine neue Angel bekommen haben Die sogar Noch geiler ist Ha Was haben wir? Noch mal sowas Was seid ihr hier? 28 Zack Sammelmünze Was kriegen wir? Weiter Ja 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 Eine Gedenkmünze Seht ihr mal Was passiert wenn man mal ab Weg Weg abwärts geht Wir finden einfach neue Sachen Das haben wir Mifr Schaft Das brauchen wir eigentlich gar nicht Ähm Mifr Ich brauche Hilfe Oh Hey Habt ihr das auch gehört? Ja Ja Eine Liebe im Herz Beim Herzen Ups, nicht im Herzen Ihr wart meine Rettung Jeden Tag eine gute Tat Oh komm 35.000, 36.000 haben wir schon wieder Gesammelt Nice Noch ein bisschen Geld bekommen Wetteschön, Dankeschön Guck mal Was für ein netter Mensch ich bin Ich werde sogar belohnt Wollen das so an sich eigentlich nicht mehr dabei Was soll's Hauptsache um die Kohle Deck die Kohle, Cassinia Ha Jetzt hab ich aber noch nie gedacht Gesehen hatte Gesehen hatte Dass da einfach so ein Anglersteg ist Das heißt ja Lol Ich hab jetzt immer hier so Und mir geguckt hab so Ach guck mal da ist ein Anglersteg Rechts von dir Mehrere Feinde Danke Ja Na ja Ich bin ok Ja Ja In der Kühen Ja Echt mal, wir machen das zu schon. Easy. Ah, komm hier. Ja, der liegt. Ja. 41.000 haben wir schon wieder. Oh, cool. Edle Bernstein-Suppe. Interessant. Also ein paar Krabben. Was haben die denn für Level 18, Leute? Ah, danke schön. Warte, mal gucken, was jetzt hier ist. Wir haben schon hier die Ufer gekundet, ne? Guck mal, gucken, was hier so ist an dem Ufer. Hier kann man anscheinend nirgends so weiter und hier scheint auch nix zu sein, oder? Nee, hier kann man einfach nicht weiter. Oh, Mann. Prompto, bist du ein bisschen elektrisiert von mir? Ah, da liegt das. Guck mal. Eine Erzsphäre. Wow. Nix Besonderes. Brauchen wir nicht mehr. Oder haben die jemals gebraucht? Ich weiß es nicht. Ist hier hinter vielleicht irgendwas versteckt noch? Ich kann mir ja nicht nix mehr durch und gucken und so. Ist ja furchtbar. So, hier scheint nix zu sein. Oh, neue Musik. Sehr schön. Na gut. Dann, würde ich allerdings sagen... Hier, die Klaus. Ich hätte immer bei der... Beim Haus da hatten wir schon eine Dame vorbei, schon noch, by the way, ne? Aber ich dachte, sie hat da noch ein Geschäft, stimmt, ja. Keine Idee, er macht ja keine Aufgaben. Ganz vergessen. Also, hey, haben wir... Oh, ich war ja schon da. Das kriegen wir hier. Ein Drachenzahn schon wieder. Okay, gut. Dann so hat es für die Folge gewesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir Jagdaufträge und alles mögliche weiter. Also, haute rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020